Ich habe einen roten Kreis um den Punkt M gezeichnet und eine Sehne S. Mit A, B, C zeichne ich ein blaues Dreieck. Was wird nun geschehen, wenn ich diesen Punkt C auf diesem roten Kreis bewege? Für eine Denkpause stoppt das Video kurz. Ich mache das mal. Ihr seht, dass dieser Winkel Gamma sich nicht ändert. Den blende ich jetzt auch mal ein. Der ist 27,06 Grad. Ich bewege C erneut und ihr seht, dieser Winkel ändert sich nicht. Selbst wenn ich mich in dem Bereich ganz dicht an B nähere, behält dieser Winkel seine Größe. Wenn ich jetzt den Punkt A verschiebe auf dem Kreis, dann verändert sich der Winkel natürlich. Aber bleibt gleich, wenn ich C dann verändere. Ich blende ein zweites Sehnendreieck ein, das die gleiche Sehne hat. Da ist natürlich nicht überraschend, dass dieser Winkel Delta genauso groß ist wie dieser Winkel Gamma. Ich kann jetzt D hier auch bewegen. Hier hatten wir es ja schon gesehen. Ich kann natürlich auch den Radius hier ändern von dem Kreis. Ihr seht, auch da ändert sich nichts an diesem Winkel. Diese besondere Eigenschaft der Sehntreiecke wird in dem Satz von Euler auch verwendet. Ich habe einen Kreis mit dem Mittelpunkt M und dem Radius MB gezeichnet und eine blaue und eine grüne Sehne, die sich im Punkt S schneiden ergänzt. Jetzt gibt es hier wieder eine Besonderheit. Wenn ich die Länge der Strecken ES und FS miteinander multipliziere, erhalte ich genau das gleiche Ergebnis wie CS mal DS. Das habe ich hier oben in einem Tabellenkalkulationsprogramm ergänzt. Und zwar messe ich hier diese Strecke mit 1,89, diese Strecke mit 4,93, CS mit 2,97 und DS mit 3,14. Und wenn ich jetzt diese beiden Strecken miteinander multipliziere, erhalte ich 9,35. Und wenn ich diese Streckenabschnitte der Sehne miteinander multipliziere, erhalte ich das gleiche Ergebnis. Das gilt auch, wenn ich jetzt zum Beispiel die Sehne verändere, verändern sich diese Werte zwar, aber sie bleiben eben untereinander gleich. Auch diese Gesetzmäßigkeit wird in dem Satz von Euler gebraucht. Der Satz von Euler sagt, wie man den Abstand zwischen In- und Umkreis eines beliebigen Dreiecks bestimmen kann. Der Satz von Euler erfordert einige Kenntnisse in der Geometrie. Zunächst zeichnen wir das Dreieck A, B, C. Dann die Winkelhalbierenden. Die schneiden sich im Inkreismittelpunkt I. Dann zeichnen wir die Mittelsenkrechten auf die Seiten des Dreiecks. Die schneiden sich im Punkt U, dem Umkreismittelpunkt. Wir zeichnen den Inkreis, den Umkreis und ergänzen zunächst hier das Lot von I auf die Seite AB. Dann verlängern wir die Winkelhalbierende durch A und bringen sie zum Schnitt mit dem Umkreis. Das ist der Punkt T, der Trillumpunkt. Durch den und den Umkreismittelpunkt zeichnen wir diese Gerade, die den Umkreis in H schneidet. Schließlich zeichnen wir noch diese Gerade, die durch I und U verläuft und bei K und L den Umkreis schneidet. Die Dreiecke A, D, I und H, B, T sind ähnlich, weil sie in zwei Winkeln übereinstimmen. Ja, überlegt mal, in welchen Winkeln sie übereinstimmen und warum. Wenn ihr mögt, stoppt das Video dazu kurz. Zunächst hatten wir hier das Lot gefehlt, das heißt wir haben hier einen rechten Winkel. Diese Seite liegt ja genau auf dem Durchmesser dieses Umkreises. Das heißt, dieser Kreis ist auch gleichzeitig Thaleskreis für dieses blaue Dreieck. Und demnach ist dieser Winkel ein 90 Grad Winkel. Damit haben wir hier einen rechten Winkel und hier einen rechten Winkel. Jetzt brauchen wir aber noch einen Winkel. Wenn wir dieses Dreieck betrachten, ist das ja hier die Sehne und das ist der Umfangswinkel. Wenn wir dieses Dreieck hier betrachten, hat das die gleiche Sehne und den gleichen Umfangswinkel. Also diese beiden Winkel sind dann auch gleich. Und damit natürlich die übrigen Winkel des Dreiecks zwangsläufig auch. Da es sich um ähnliche Dreiecke handelt, haben wir jetzt auch ähnliches Verhältnis der Seiten. ID verhält sich zu TB wie AI zu HT. Wir nehmen über Kreuzmal, dann haben wir ID mal HT gleich AI mal BT. Klein r, der Inkreisradius, ist gerade ID. Und das ist ja der Durchmesser vom Umkreis. Wenn wir den mit Groß-R bezeichnen, den Radius, dann haben wir den Durchmesser mit 2 mal Groß-R und das ist gerade diese Strecke HT. Damit können wir jetzt ID mit R ersetzen, HT mit 2R und die rechte Seite AI mal BT bleibt erhalten. Dann haben wir diese Form. Nach dem Trillium-Theorem gilt, wir hatten ja den Punkt gefunden, in dem wir die Winkelhalbierende von A mit dem Umkreis zum Schnitt gebracht haben. Und dieser Punkt ist gerade der Mittelpunkt von diesem gestrichelten Trillium-Kreis. Und der geht einmal durch den Eckpunkt C unseres Dreiecks, durch den Eckpunkt B und durch den Inkreis Mittelpunkt des Dreiecks. Jetzt folgt daraus, das ist ja immer der Radius vom Trillium-Kreis, das ist übrigens auch hier, dass dieses Dreieck gleichschenklich ist. Bei gleichschenklichen Dreiken sind die Basiswinkel, Sigma habe ich das genannt, auch gleich. Und insbesondere sind die Strecken TI und TB gleich. Diesen Winkel kann man nicht berechnen, ich habe das mal hier gemacht. Also zunächst den Winkel komme ich ja mit Winkelsummen 3, 180 Grad, minus Alpha halbe, minus Beta halbe. Das wäre dieser und wenn ich von diesem gestreckten Winkel diesen wieder abziehe, dann habe ich gerade diesen Winkel mit Alpha halbe plus Beta halbe. Diese Winkelbetrachtung spielt jetzt noch keine große Rolle. Jetzt können wir, weil wir dieses Verhältnis hier kennen, können wir diese beiden zusammensetzen. Wir ersetzen jetzt TB mit TI, dann haben wir AI mal TI gleich R mal 2R. Wir bezeichnen die Entfernung zwischen den Mittelpunkten vom In- und Umkreis mit X und das ist gerade die Strecke UI. Da sich die Sehnen KL und AT im Punkt I schneiden, gilt der Sehnensatz. Danach gilt LI mal KI gleich AI mal TI. Und AI mal TI war ja R mal 2R. LI, das ist ja diese Strecke, das ist gerade R plus X, also diese Entfernung zwischen Umkreis- und Inkreismittelpunkt. Diese Strecke KI ist Groß-R minus X und das ist R mal 2 mal Groß-R. Nach der dritten binomischen Formel erhalten wir R² minus X². Die rechte Seite bleibt erhalten. Nach X² umgestellt erhalten wir X² gleich R² minus 2R mal Groß-R. Jetzt klammern wir R aus und ziehen die Wurzel und dann sind wir am Ziel. Jetzt habe ich noch ein paar Aufgaben für euch. Und zwar habe ich mit GeoGebra diese drei Bilder gezeichnet. Und in diesen ersten beiden Fällen habe ich den Inkreis-Radius gemessen und den Umkreis-Radius. Und ihr sollt jetzt mit Hilfe des Satzes von Euler den Abstand zwischen Inkreis-Mittelpunkt und Umkreis-Mittelpunkt berechnen. Das Ergebnis habe ich hier noch ausgeblendet. Hier sollt ihr auch den Abstand zwischen In- und Umkreis-Mittelpunkt ausrechnen. Die dritte Aufgabe unterscheidet sich. Da ist der Abstand zwischen In- und Umkreis-Mittelpunkt gegeben und der Inkreis-Radius. Und ihr sollt den Umkreis-Radius ausrechnen. Wenn ihr mögt, stoppt das Video, um die Aufgaben selbst zu lösen. Im ersten Beispiel setzen wir in die Formel von Euler die entsprechenden Werte ein. Das war der Umkreis-Radius und das der In-Kreis-Radius. Und wir erhalten für den Abstand IU jetzt 3,01355. Schauen wir mal, was GeoGebra da misst. 3,01338. Also hinten ist es etwas ungenau. Das liegt aber an Rundungsfehler. Weil diese Strecken, die werden jetzt schon relativ genau gemessen. Aber es ist natürlich klar, dass das nicht ganz exakt herauskommen kann. Bild 2. Da setzen wir für den Umkreis-Radius dann diesen Wert ein. Und für den In-Kreis-Radius diesen. Und kriegen dann den Abstand zwischen In-Kreis-Mittelpunkt und Umkreis-Mittelpunkt mit 1,053498 raus. Schauen wir mal, was GeoGebra sagt. 1,05349. Bis dahin hat GeoGebra das auch richtig ermittelt. Interessant ist die letzte Aufgabe. Da erinnern wir uns, hatten wir diese Umstellung gehabt. Jetzt subtrahieren wir 2 mal R mal R und erhalten die Normalform einer quadratischen Gleichung. P ist dann minus 2 R und Q minus x². Nach der PQ-Formel habe ich ja R12 gleich minus P halbe plus minus Wurzel aus P halbe zum Quadrat minus Q. Damit erhalte ich diesen Ausdruck. Jetzt setze ich für klein R den In-Kreis-Radius ein. Der ist 2,15766. Und für x diesen Wert. Wenn ich Minus hier vernachlässige, bekomme ich diesen Wert raus. Und dann sieht man ja auch schon, dass der Wurzelwert größer ist als dieser. Das heißt, bei dem zweiten Wert würde ich einen negativen Wert für R rauskriegen. Und das funktioniert natürlich nicht. Insofern gilt nur diese Lösung. Schauen wir uns mal an, was GeoGebra misst. 8,04823. Ja, ist nur auf der letzten Stelle etwas ungenau. Super, wenn ihr die Aufgaben selbst lösen konntet. Abschließend möchte ich euch noch die Animation zeigen. Und zwar habe ich hier das Dreieck ABC. Und diese beiden blauen Dreiecke habe ich auch noch eingeblendet. Und ich verändere jetzt den Punkt C des Dreiecks. Und da seht ihr, dass ich hier beliebig das einstellen kann. Und wir hatten ja schon gesehen, dass der Abstand zwischen Um- und Inkreismittelpunkt von GeoGebra relativ genau gemessen wird. Ich kann auch hier den Punkt B verschieben oder den Punkt A. Also das spielt alles keine Rolle. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank.